HUMMEL HUMMEL Die Insider wissen, wie man darauf antwortet. Ja, Morse ist ein Spiel über Smorzen, nehme ich an. Prototype, Vision, Feel Free, Flop und so weiter und so fort. Press to continue. Ich weiß nicht, ob es ein reines Geschicklichkeits-Puzzle-Spiel oder sowas ist. Macht mich neugierig. Morse Code hat mich immer fasziniert, wie wahrscheinlich alle Kids irgendwann in ihrem Leben und ich hab's nie. SOS kriege ich hin, aber mehr auch nicht. Das heißt, ich bin für den Notfall gewappnet mit Morse Code, aber kompliziertere Sachen würde nicht gehen. Ida. Morning, Eliza. Nein, ist das nicht Ida Lovelace und Eliza ist der AI hier. Good morning, dear heart. Welcome to the training drills. Practice with randomized code words and increasing difficulty to sharpen those telegraphy skills. Sag mal telegraphy oder telegraphy. You can rest escape at any time to access the pause menu or push R to reset. Please note, you have the choice of a curated list of 600 plus words, more aligned to the narrative themes. Wenn man hier wirklich echte Codesprache, also Mausesprache lernen könnte, wäre es schon mal ein Grund, das Spiel zu spielen. Or you can, or you can a much larger, less refined list of 15.000 words. Ist das kein englisches Spiel? Also die Übersetzung ist fehlerhaft, ne? Despite our best efforts, there is a chance, some unsavory words got through. So please, only choose the second option, if you're comfortable with that. Also wir merken echt, in welcher Zeit wir leben, ja? In der wir jetzt, muss ich befürchten, Worte lesen zu müssen wie... Ich weiß nicht, was sind denn böse Worte heutzutage, die ich nicht lesen will? Rape, habe ich schon nicht mit jemandem angelegt, dass man das Wort nicht sagen sollte. Ist es, äh, ist es white? Ist es black im falschen Zusammenhang? Ich nehme natürlich die größere Liste. Longlisted is. Ah, I see, you're that kind of person. So, welcome to training mode. Complete randomized missions to your heart's content. Ich dachte jetzt, das wäre irgendwie, dass ich das Spiel erklärt kriege. Objective. Train yourself with randomized maps. Press R to reset. Octanes. Tatsächlich. Okay. Ähm, ich kann also die Space-Taste benutzen. Das wäre ja auch doof wenn ich, ne? Was ist das hier? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich hier mache. Hier kann ich resetten. Objective. Train yourself with randomized... Okay. Trailer... Äh. So, Schrift. War das jetzt gut oder nicht? Und woran sehe ich das? Also... Okay. Ähm, Menu. Ich dachte, Training wäre jetzt wirklich ein Tutorial. Aber ist es nicht. Das heißt, ich werde mal die Story aufsuchen. Und zwar easy. Um mal zu sehen, was es hiermit auf sich hat. Ja? Also Training ist offenbar nicht Tutorial, sondern so ähnlich. Ähnlich wie bei meinem Flipper-Spiel. Ne? Das kann ich dann machen, wenn ich einfach nur üben will. April 1918. Endless War, bla bla. Before you relayed messages... Before you relayed messages, but now you're calling it... Shred planes, sink ships and better trenches. Can you change the world with a push of a button? Bestimmt. Also, nicht mit einem. Aber mit mehreren Pushes, nehme ich an. Morning, Ida. My good girl. You look like death. Ach so. Das klingt. I'm sorry, Sir. Are you sick? I should just tell him, I'm fine. Wenn hier Krieg ist, werde ich jetzt nicht sagen, dass ich krank bin. No, Sir. I'm fine. Are you sure? We need you on top of this. Yes, Sir. I had better not catch you sleeping on the job. Lives are at risk here. You're going to do a training drill, so you learn your lesson. You need to be alert, Ida. People's lives depend on it. Come back for the mission, once you've done your drill. And bring me a coffee while you're at it. Because I'm a man, you know. Shall do, Sir. So, tea room, ballroom, mission side. What's the tea room? Das weiß ich genau. If I make coffee now, I will always be making coffee. Hello, dear. Yeah, I should ask Kitty to make coffee. You think he jederzeit job hier, oder? Hello, Kitty. Ha! Hello, Kitty. Hello, Kitty. Officer Sturge wanted me to, or wanted some coffee. I hear you, dear. Next time you make him come and ask me yourself, you hear? Oh, I... Don't worry, girl. Once you start down that path, you'll end up like me. A wreck, you know? At least I make it for Tuppence. Thank you, Kitty. Heal. We will be in the ballroom. I'll take coffee, too. Ach, Ihnen sollte ich auch noch einen Kaffee nachtragen? Eider? Sie sind eine Frau. Sie können sich Ihren Kaffee selber machen. So, schauen wir mal die Mission. Get a grip, Eider. It's just like a first day anywhere else. Achso, das sagt sie sich selbst. Good day, Eider, I'm assuming. Yes, Officer Sturge instructed me to find you and someone he called Dottie. Your accent is simply darling. Oh, danke. I apologize. I have not spent much time in the north of England. I speak in the north of England. I can speak in the south of America. Okay, Eider, meet Dottie. Is the north not so... So ein bisschen assig. Also, für englische Hohen. Dottie ist the machine you are going to be working with. Do not fret. She looks a lot harder than she is. That's what she said. Look, I'll show you. Familiarize yourself with the interface. Learn your first letters. To hit five red targets. Ich hab's ja fast schon im Tutorial gesehen. Open the help sheet. Your coordinates and Morse translation will be on this sheet each mission. Ah, ja. So. Wenn ich dir natürlich im Kopf habe, wäre es noch besser. Moment. Achso. Das war falsch. So, das müsste eigentlich gewesen sein. Achso, mit dem Launchpad. Moment, muss ich jetzt... Okay. Warum drück ich jetzt die ganze Zeit hier drauf? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Ich muss doch vorne anfangen. So. Ich bin doch jetzt bei R. Dip, dip, dip. Kurz, lang, kurz. Kurz, lang, kurz. Kurz. So, wie kann ich denn jetzt bitte zum R kommen? Lang, kurz. Wie ist damit? So. Und jetzt... Brauche ich noch das R. So. Bisschen, bisschen clunky. Also, haben Sie es gesehen, was passiert ist? Immer wenn ich dann kurz drücken wollte mit Space, dann war ich... Geld ist als Abschuss. Sir, ich habe completed Drills. Und Kitty ist making coffee. Goodness. Das war swift, Gal. Wir wirklich brauchen diese Drills zu machen. Too swift? Oh, nein. Ich hoffe, ich habe nicht missen. Entschen. Right, well. The General has ordered our men to charge the German lines. However, if we don't call the artillery down to clear the enemy placements... It will be a bloodbath. Save as many of our boys as you can. Good luck. Now, where's Kitty with that coffee? A real mission already? Please, guard, let me get this right. All right lass, oh Ida, I will never get over your adorable accent. Well, adorable is better than crude or stupid. You look troubled, dear heart. It's this new mission docket I just got. Sturge has left it up to me too, and lives depend on it. I'm no strategist, I just push buttons. How can I make decisions like this? You're sharp, you know they're doing this to test you. They know you're an intelligent creature, dear, but they are testing your grit. Man, I'm Ida, that's Eliza. Thank the Lord I have you, Eliza. Or they would have replaced me by now. I still don't know how I landed this position. It was thought out, Ida. Remember that. I want you here. And I, for one, I'm very glad you came. Well, that's very sweet of you to say. I'm amazed we are to take, to make these life or death decisions, but we still can't vote on a prime minister. Ich gehe nie wieder woanders hin als bei den Missionen hier. Destroy the enemy gun in placements before our infantry charge the trench. Ich gucke, ich gucke nur auf diese Liste hier. Oh! 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 So. So. So, war's das? Wenn ich es richtig sehe, ist das hier irgendwie während das... Innerhalb dieser Zeit muss ich das irgendwie machen, ne? Wie viel E's muss ich denn noch drücken? Victory! Das war jetzt nicht, dass ich gucken musste, was ich zuerst drücke. Ich habe einfach nur darauf geguckt, alles andere ignoriert. Und dann war ich irgendwann fertig. Oido, well done. The German line has been breached. That's good news, sir. What now? Now they need reinforcements to secure... Secure... I'm sorry, I'm turning German. The ships carrying troops need safely escorting across the channel. Sink any German destroyers on site. Yes, I understand, Officer Sturge. I'll send instructions to clear a path. I did it. Now! Don't arse this one up. Ist das ein Ausdruck? Arse war ab? Ja, im Garten. Doch, doch. Ich guck mal. Ich guck mal nach im Garten, was mich hier erwartet. What a morning. I've never seen the likes of these gardens. Who could even pay for such a thing? Geht's jetzt gegen den Kapitalismus? Geht's jetzt auch noch gegen reiche Leute? They don't pay me nearly... Mary. Überall arbeiten Frauen. Ist ja auch Krieg. Die Männer sterben gerade an der Front und die Frauen beschweren sich darüber, dass sie hart arbeiten müssen. They don't pay me nearly as much as they should. I'm sorry, I was just thinking out loud. Don't worry, girl. I'm flattered. I've been working on these gardens for 14 years. You should have seen them before I had to turn most of it into produce. Um... I wonder who the gardens belong to? Who did they belong to? Before the government, I mean. This house has had many owners, but the last one, Lord Burke, took a chance and let me run riot with the color. Plants from the tropics, the likes of which you've never seen. I've had to pull most of them up, of course, for the sake of these ugly potatoes. Look at the time. I'm sorry, I have to report back to the ballroom. Ah, nee, nur sage ich, ne? Another time then. Yes, goodbye. Da stecke ich den Kopf rein, ne? Head inside. Alter! Okay. Freedom Gardens nannte man die, ne? Also, dass man jeden... jeden Garten irgendwie in was Sinnvolles verwandeln sollte. Ist ja hier bald auch wieder so weit, nehme ich an. Weizen könnte man jetzt langsam mal hier draußen anpflanzen, statt Begonien. Ähm. Ich komme nicht so weit weg über dieses Spiel hier. Clear a path for ships carrying troops by sinking destroyers approaching the convoy. Also, alles, was ich mache, ist, ich gucke hier auf die Liste und piep. Piep, so oft es geht. Weil es steht ja alles genau in der richtigen Reihenfolge, ne? Ähm, also einmal. Hätte ich irgendwie... Hätte ich irgendwas anderes machen sollen? Ach, muss ich... Muss ich hier... Kann das halt... Was muss ich denn machen? Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich bin. Ich mach mal reset. Also, ich... Ensure that the troops ships make a path the battle grid is taller now. Navigate vertically using the numbers on the grid. Numbers and moths are five digits. Also, ich muss hier runter, ne? Auf die Eins. Eins, zwei, drei, vier. So. Wer sind denn jetzt die... Wer sind denn jetzt die Guten? Wer sind denn jetzt die... Ich will jetzt auf die Eins runter. Eins, zwei, drei, vier. Das... Ach so. Ich komm nicht auf die Eins runter. Das ist ein kurzer und vier lange. Kurz. Eins, zwei, drei, vier. Da, jetzt bin ich unten. Meine Güte. Ähm. Okay. Okay. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Hab's kapiert. Ist interessanter, als ich dachte. So, jetzt muss ich erstmal da runter. So. Und jetzt? Eins. Eins, zwei, drei. Kein. Falsch. So, S. Falsch. Ich... Ich kapier's noch nicht ganz. Die Roten sind die Bösewichte, denen wir da entgegenkommen. Die muss ich doch zerschießen, oder nicht? Äh. Gut. Also. Das ist zu kurz, was ich mache. So. Jetzt bin ich hier unten. Ähm. Jetzt will ich das T da hinten zuerst. Gut. Jetzt muss ich... So. Und jetzt mach ich das I. Ähm. So. So. Jetzt bräuchte ich das G. Nein! Da wollte ich nicht hin. Jetzt das N. So. Okay. Am Ende hab ich's kapiert. Und es ist interessanter, als ich dachte. Ja? Wenn ich hier auf die Linie nach los. Okay. We lost some hands at sea. But enough vessels got through. I wonder who we lost. And other villagers' boys. Now we just need... Sorry. Now we just need to hold off the German counteroffensive until reinforcements arrive. Can you handle this as a woman? I... Hm? I mean... Yes, sir. Expect an onslaught. No help will come. Kann ich nochmal in den Garten gehen? Tun wir's. Okay. Oh, ne Katze. Natürlich ne Katze. Hello, pussycat. Miau. Where did you come from? Miau. I came from a little grey village in Yorkshire Cat. Yorkshire Cat? I think you might like it there. Lots of mice and birds to chase. Brrrr. You know, it's very different here. Although this garden is lovely and so is the house. And I think I'm making friends. Slowly. It sure does make you feel small though, eh? How much of the world do you know outside of this garden? Maybe you feel like you own the place? Brrrr. Must be nice. Or should I say... Must be mice? Okay. Da bin ich es jetzt der Vorurteiler hat, ja? Frauen hier reden über Unterdrückung durch Männer. Über die Unterdrückung durch Regierungen und was weiß ich, was sie alles gerne machen würden. Unterbezahlung und so weiter. Und sie reden gerne mit Katzen über Quatsch. Das ist nicht meine Idee von Frauen, möchte ich betonen. Das ist die Idee von Spielen wie diesem hier. Im Krieg! Im Weltkrieg! Reinforcements are coming. But so is the German Army. Shall the advancing force. Das machen wir jetzt noch. Werden wir mal eben die Nazis besiegen, okay? Oh, drei gibt's jetzt. Das ist ja krass. Aber gut. Ist ja eigentlich leicht zu merken, wenn das fünf sind. So, wo sind die denn jetzt? Eins. Falsch. So. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Und Eingabe. So. A. A muss doch leicht sein. T. Da tut sich was. Das kann ich immer, wenn bei T irgendwas sich zeigt. Kann ich da was machen. Kommt nix, oder? Shell advance in German. Äh. G. Äh. H. Und ich muss... G. Ähm. U. Oh. G. Das war G nochmal. So, und jetzt U. So. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie ich da mehrere irgendwie machen kann. Ich muss wieder auf die 2. Ich muss wieder nach oben hin. Und G. Ne, U. 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 Ah, was war? Ah, L. Gerade noch. Oh man. Und U. Ähm. So, war's das? Victory, dankeschön. Puh, okay. Also wenn man das dann einmal drauf hat, ist ja gut. An welches Spiel erinnere mich das? Und auch mit der Zeit, wenn man es drauf hatte, konnte man sich sehr schnell bewegen. Ich meine, Kiwi, logisch. Aber, ne, das meine ich nicht. Ida, you've done well in your first week. Ich schaunt lie to you, girl. I was worried. When they told me they would have a northerner coming to the house and a woman. I will assume you won't exactly fit in. Well, sir, do you think I do? Don't ask him pertinent questions, young lady. Yes, sir. We need more girls like you, Ida. And fewer airheads like the society daughters. Keep it up. Yes, sir. Yes, sir. May I be excused? Yes, you may. Ja, gehen wir mal ins Bett. Mal gucken, was wir da vorfinden. I keep having these dreams. Mr. Freud seems to think there's something behind all that. You could write to him. Eliza, he's Austrian. Do you think that's appropriate? You could send him a coded correspondence. Just teasing, dear heart. You've become very serious. Maybe you're getting the hang of this place. Sorry, I just need rest. See you for tea tomorrow. Ida, come down. Träume, Albträume. I need you to boil water, water. Make coffee for old white men, 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 men. Ida, you hear me? It's your dad, dad. What? Why? Don't ask questions. Just get the kettle on now. We need to keep him warm till the doctor comes. Ida. Okay. So many people. Dad. Ich weiß gar nicht, wer jetzt spricht hier. Dad's not moving. Reach out to him. Good morning, sir. Okay. Das war's also. Ida. Grand timing. This intelligence has arrived from the front. Please head to the ballroom ASAP and get to work. I need to finish my tea first, sir. It helps me focus. Natürlich sag ich das. That is not the response I expect, girl. Sir? I wonder if you realize the gravity of this. Has Dottie given you the sense that you are not communicating with real people? There are a thousand geniuses like you, Ilan, but we chose you, Ida. You know why? Because you are not walking around with your head in the clouds. Because you understand the boys on the front line. Heck. You may even know one or two. Sir? I? Never mind, excuses. You are spending too much time with the likes of Eliza. A smart girl, but never had to worry about a thing. Now, the transmission. There is word on the front of a train of supplies coming in. First things first, we need to do a recon mission. If we locate the rail depot, our artillery boys can hit them where it really hurts. You know what I mean? Their bellies. Tell them to protect their bi-planes as they find intel. Can you do that, Ida? Yes, sir. Good. I know what it's like to be hungry. And here, I get fat from the cream tea. Maybe I will help this war finish. Okay, ich hatte mich gerade gefragt, ob noch was anderes hier zu finden ist. Aber ne, da würde ich jetzt die Mission anfangen. Ja, ich hab genug gesehen. Interessantes Konzept. Die Pixelgrafik macht es irgendwie ein bisschen unübersichtlicher. Tut nichts für dieses Spiel. Wäre schöner, wenn es nicht so pixellig wäre. Und die Schrift irgendwie klar erkennbar, habe ich das Gefühl. Auch grafisch ist da noch ein bisschen Platz. Ich musste manchmal so raten, wo jetzt die Figuren da entlang gehen. Wenn das ein Radarspiel oder so wäre, wird das ja noch Sinn ergeben, dass ich es nicht genau erkennen kann. Aber hier, ne, stört es einfach ein bisschen mehr. Das Spiel wäre besser, wenn ganz klare Figuren und so da zu sehen wären. Ja, und dieser feministische Einschlag, den das Ganze hier hat. Es gibt Platz für feministische Spiele. Es gibt Platz für progressive Ideen in Spielen. Ich habe auch welche gespielt hier auf meinem Kanal. Aber über sowas hier werde ich mich immer und immer wieder lustig machen müssen. Ja, was soll das? Ja, ist das jetzt irgendwie, dass da jemand sitzt, der sich für Morse Code und so interessiert und dann irgendwas über den Krieg spielt? Und dann merkt, oh mein Gott, die Frauen hatten es ja echt schwer. Ja, ich habe vielleicht hier, wie heißt das, Tannenberg oder so gespielt. Oder sonst irgendein Spiel über den Ersten Weltkrieg. Ich komme dann hier hin und sehe, wie sich Leute darüber beschweren, Frauen darüber beschweren, dass sie irgendwie nicht genug Geld bekommen für ihre Arbeit. Im Krieg, im Weltkrieg. Ja, war das ein ernstes Problem damals? Oh, ich werde nicht, wir hätten einen Mindestlohn gebraucht im Ersten Weltkrieg. Dann hätten wir die Erste Weltkrieg, das klingt wie Erste Weltkrieg, aber wir kämpfen gegen die Deutschen. Wurden gegen die Deutschen nicht immer gekämpft. Also, egal, Erster, Zweiter Weltkrieg. War das das Problem im Krieg? Der Mindestlohn, war es das? Würde es das sein, wenn die Krise hier mit Russland noch weiter eskaliert? Werden wir dann weiterhin für Mindestlohne und so weiter kämpfen und unsere Hände an die Straßen kleben? Oder werden wir genug damit zu tun haben, irgendwie was zu essen zu kriegen und den Feind zu besiegen, egal wo er jetzt steht? Also, ich finde das hilarious in so einem Spiel. Völlig unangemessen und macht mich nicht mal ärgerlich, sondern höchst erheitert. Was meinen Sie dazu, lieber Zuschauer? Überreagiere ich oder unterreagiere ich? Oder sollte ich vielleicht die Finger lassen von allen Spielen, die Frauen als Hauptpersonen haben? Weil ich immer damit rechne muss, dass sowas hier passiert. Ich weiß es nicht. Seid so gut und gebt mir einen Daumen rauf für den Algorithmus.